Wir sind in Nikolatses Büro. Vorsichtig. Eine Splittergranate. Leute, das Level kenn ich schon, also... Hm... Ist besser... Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolatses Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Krinko! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolatses Büro einzudringen! Durchkämpf den Sektor! Viel Spaß! Gelöst! Tja, das war's! Ne Quatsch! Also... Hm... Warte, speichern! Da hab ich damals, als ich blind gespielt hatte, solche Probleme mit! Fischer, wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolatses Computer! Das Zeug geht direkt an den Präsidenten! Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen! Höh! Ach du Scheiße! Etikett! Brauch ich! Brauchen wir alle! Wird das hier weitergeht! Nein, bitte nicht! Oh nein, ich bin in der Falle! Komm schon! Ein bisschen Glück! Wo muss ich jetzt hin? Ah! Wo kann ich überhaupt noch hin? Ich weiß es nicht! Ups! Da steht einer! Klassische Musik! Ich guck mal, ob ich hier rum kann! Was ist das? Keine Ahnung! Feind wird angegriffen! Fuck man, wo kommt die her? Höh! Nein! Immer noch! Los! Los aus dem Weg! Wer ist da? Komm hier raus! Pass auf den Alarm auf! Der Scheiß den klemmt! Kommen hier auch welche? Wir haben sie empfingelt! Ich sehe niemanden da rum! Oh Jesus! Wer ist da? Kommen sie heraus! Niemand! Wir haben sie empfingelt! Ein Eindringling! Zurück bleiben! Äh... Wartet hier! Der ist so geil! Der ist so geil! Der ist so geil! Der ist so geil! Zurück bleiben! Der ist so geil! 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 Der ist so cool! Der ist so geil! Der ist so geil! Der ist so geil! Nein, ich muss ewig auf dich warten. Oh Gott, Jesus! Oh Gott. Wartet hier. Boah, wie ein Boss, Leute. Zurückbleibe. Wartet hier. Jetzt nix. Ich weiß nicht, wo ich schlagen muss. Hilfe. Ohne Witz, ich weiß es nicht. Ach so. Nö, ne. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nikolazil schlampftet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Zurückbleibe. Nö, nö. Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Oix und lass dich da rausholen. Wartet hier. Nikolazil Spirol Straubel. Bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway. Nach Zeltung. Warum wurde der Eindringling nicht gefahren? Haben wir denn noch bei der hinteren Treppe? Den Schatz von der Treppe. Was um Himmels Willen hast du da gefunden, Mann? Lambert flippt völlig aus. Was sagt er denn? Dass wir in den Krieg ziehen. Duh. Nö, 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 ah. Black Zeltung. Bad Date. theo Töret. Check Green.